Herr Präsident, meine Damen und Herren, das ist heute ein guter Tag für das digitale Deutschland. Wir haben lange daran gearbeitet und ich glaube, ein Gesetz heute vorgelegt, was wir auch beschließen werden, was vielleicht nicht das von der Bedeutung größte Gesetz ist dieser Legislaturperiode, aber vielleicht eins, was die meisten Menschen zum Aufbruch bringt und vielleicht auch eine ähnliche Dynamik freisetzt, wie wir das in der letzten Periode geschafft haben, als wir es erlaubt haben, dass Fernbusse wieder Menschen zwischen Städten kommerziell transportieren dürfen. Da ist ein richtiger Boom entstanden und ich glaube, wir werden jetzt auch einen Boom an WLANs in Deutschland sehen. Und das ist das Ziel dieses Gesetzes und deshalb bin ich froh, dass wir das hier heute beraten und gleich beschließen werden. Der Deutsche Bundestag hat nach dem Struck'schen Gesetz ja immer alles zu verändern. Und in meinen sieben Jahren jetzt hier als Bundestagsabgeordneter habe ich allerdings auch Gesetze gesehen, die hat der Bundestag nicht mehr so durcheinander geschüttelt wie der Herr Struck, das immer so plastisch damals zum Ausdruck gebracht hat. Aber ich glaube, und da nehme ich jetzt auch mal den Kollegen von Notz als Kronzeugen, hat doch hier das Parlament wirklich mal richtige Arbeit geleistet und das, was die Regierung uns hier vorgelegt hat, nicht nur ein bisschen überarbeitet und ein Stückchen verändert, sondern hier etwas Neues gebaut, was wirklich gut ist und von dem ich überzeugt bin, dass das eine wirkliche effektive und endgültige Problemlösung ist. Und zu der Frage der Rechte, glaube ich, wurde ja schon vieles gesagt. Ich glaube, es ist richtig, mit dem heutigen Tag auch einen Paradigmenwechsel einzuleiten. Würde man von der Post reden, würde man sagen, jetzt ist wieder derjenige dran, der den Brief verschickt und nicht der Postbote. Und jetzt kann man auch sagen, aus Internetbezogen, wir fokussieren unser Engagement gegen diejenigen, die wirklich große illegale Plattformen betreiben. Das sind diejenigen, die damit auch Geld verdienen und die massiv den Urhebern schaden und wir gehen nicht mehr vor gegen Familien mit 14-jährigen Teenagerkindern. Und ich glaube, das ist die richtige Ausrichtung für die Rechtsdurchsetzung in Deutschland. Es wurde in den letzten Tagen sehr viel darüber diskutiert, ob die Störerhaftung jetzt wirklich abgeschafft wird oder nicht. Und ich verstehe die Rolle der Opposition. Ich verstehe auch die Eitelkeiten derjenigen, die selber einen Gesetzentwurf eingebracht haben, den sie übrigens eins zu eins abgeschrieben haben. Ich habe vorhin schon mal gesagt, zu Plagiate mussten manche hier schon zurücktreten. Aber dass alle diejenigen auch enttäuscht sind, das kann ich ja verstehen. Aber bei der Störerhaftung ist jetzt endgültig Schluss. Und das ist ganz einfach zu erklären. Der Kollege von Notz rief mir nämlich vorhin zu, als hier jemand sagte, in einem Bundesland würden jetzt massiv Hotspots gebaut, hat er gesagt, hoffentlich gibt es auch eine ausreichende Prozesskostenkasse. Lieber Kollege von Notz, das, was wir hier klarstellen, ist, dass das Providerprivileg, was heute für die Deutsche Telekom und andere gilt, künftig für jeden, für jeden, der ein WLAN in diesem Land betreibt, gilt. Und Sie können ja mal fragen, welche Prozesskostenkasse die Deutsche Telekom hat oder andere und wie viele Abmahnungen sie bekommen haben. Und Sie haben auch gelesen, dass es einen Streit unter Juristen gibt, aber dass zum Beispiel, beispielsweise Professor Herting schreibt, und zu Recht, zu Recht, Fragestellen und nicht Zwischenrufe machen, bitte. Dass der Kollege Herting gesagt hat, vor Abmahnungen, ja eben, eben. Ich wollte es nicht provozieren, aber ich gehe der Diskussion natürlich nicht aus dem Weg. Ich vermute aus Ihrer Reaktion, dass Sie mit einer Zwischenfrage des Kollegen von Dr. von Notz einverstanden sind. Ja, sehr gerne. Ja, lieber Thomas, Herr Zombeck, erstmal vielen Dank für die Aufforderung und das Zulassen. Ich habe mir das nochmal angeguckt, weil ich die Stellungnahme jetzt sozusagen, die eilige Stellungnahme nach der Diskussion von eurem Sachverständigen, Herrn Herting, auch gelesen habe. Und er sagt in der Anhörung bei Punkt 8 auf Seite 2 seiner Stellungnahme, ich hoffe, du glaubst mir das jetzt einfach, Bezug auf die Regelung des Regierungsentwurfs mit TMG 8 selbst und Änderung des Bundesrates, ich zitiere. Im Ergebnis teile ich vollumfänglich die Kritik des Bundesrates an § 8 Absatz 4 TMG. Nur durch eine vorbehaltlose Abschaffung jedweder Störerhaftung des Betreibers wird man das erklärte Ziel erreichen, die WLAN-Abdeckung des öffentlichen Raums nachhaltig zu fördern. Jedwede Abschaffung. Und ihr habt eben diesen Unterlassungsanspruch, der auch heute noch beklagt werden kann, den habt ihr nicht rausgenommen, ihr habt ihn nicht reinbekommen. Und Herr Knörig hat ja auch gesagt, warum? Weil man es eben nicht raushaben will. Man will diese Unsicherheit bewusst offen lassen. Du vielleicht nicht, aber das war ja euer Kompromiss. Und zu dem solltet ihr euch bekennen. Herr lieber Kollege von Notz, ich kann mich an die Anhörung gut erinnern. Und ich habe interessanterweise auch gerade noch das nachgelesen, was Professor Harting geschrieben hat. Und die Kritik bezog sich ja auf den Regierungsentwurf, den wir ja vollständig gestrichen haben. Genau den Satz, den er kritisiert hat, haben wir gestrichen. Und seine Äußerungen bezogen sich darauf, dass im Regierungsentwurf zwei Konditionen nämlich für den Entfall der Störerhaftung gemacht wurden. Die erste Kondition war diese Verschlüsselung. Und die zweite Kondition war die Vorschaltseite. Und deshalb glaube ich, ist das ein Zeichen, dass wir auch gelernt haben aus dieser Anhörung, dass wir die Dinge rausgenommen haben, was richtig ist. Und insofern sehe ich hier überhaupt kein Gegensatzpaar. Denn im Gegenteil ist es so, bei der Störerhaftung, ich lese vielleicht mal den Paragrafen 8 vor, den wir da halt eben jetzt haben. So, jetzt ist er aus meinem iPad verschwunden. Dann empfehle ich, nicht so schlimm, ich habe auch eine mobile Datenverbindung. Ich empfehle, das mal nachzulesen. Paragraf 8 im Telemediengesetz, der jetzt für alle gilt, stellt den Betreiber ausdrücklich frei. Und das Einzige, was übrig bleibt, das ist der Unterlassungsanspruch. Und das ist auch richtig, weil wir sonst nicht mehr europarechtskonform wären und stünden wieder vor dem EuGH. Und der Unterlassungsanspruch, und das erklären wir auch noch mal in der Begründung, gilt dann, wenn es eine gerichtliche Anordnung gibt. Und Herting sagt in dem, was er heute oder gestern geschrieben hat, dass natürlich man keinen Schutz vor einer Abmahnung bekommen kann, weil eine Abmahnung ja auch ungerechtfertigt sein kann. Wir können nur schützen, verurteilen und damit Gerechtfertigten abwarnen. Und das ist das, was wir hier genau tun. Und deshalb darf sich hier keiner mehr hinter die Fichte führen lassen. Es gibt keinen berechtigten Abmahnanspruch mehr. Punkt. Aus Ende. Ich glaube am Ende, und ich beziehe mich jetzt auch noch mal auf einen Blogger, der ansonsten ja noch viel härter mit allen ins Gericht geht. Und ich finde Markus Beckedahl regelrecht milde in dem, was er da heute geschrieben hat, dass das alles, diese ganze Debatte ein gutes Sinnbild für den Zustand der digitalen Agenda in der Großen Koalition sei. Und deshalb zum Schluss, meine Damen und Herren, sage ich eins. Es gibt diejenigen, die im Internet und in den neuen Technologien viele Chancen sehen. Ich zähle mich sehr dazu. Es gibt aber auch viele, die sich fragen, ob all diese Veränderungen, die jetzt kommen, in dieser Geschwindigkeit auch alle so richtig und so gut sind und das erstmal alles durchdenken müssen. Und wir müssen uns davor hüten, dass diejenigen, die den Weg nach vorne schreiten, eine Arroganz entwickeln gegenüber denjenigen, die sagen, wir müssen da auch noch mal einen Tag darüber nachdenken und darüber diskutieren. Und das bezieht sich auf die gesamte Bundesrepublik und nicht nur auf den Deutschen Bundestag oder auf diese Koalition. Und ich glaube, das muss man bei jeder, diese Abwägungen immer mit einbeziehen, sonst macht man einen großen Fehler. Und jetzt sind alle gefordert, sich auf den Weg zu machen. Ich erwarte, dass wo die Störerhaftung nun weg ist, jetzt auch WLANs gemacht werden. Und damit meine ich die Städte. Ich appelliere jetzt an meinen eigenen Oberbürgermeister. In Düsseldorf gibt es zwar schon WLANs trotz der Störerhaftung, aber nur da, wo zufällig gerade schon Sendestationen eines großen Netzbetreibers sind. Ich erwarte, dass die Städte jetzt losgehen und flächendeckende Zonen mit WLANs machen. Das, was wir als Voraussetzung gegeben haben, nutzen, um den Menschen auch ein wirklich tolles WLAN-Ergebnis zu geben. Und ich fange selber damit auch an in meinem eigenen Wahlkreisbüro und lade alle ein, da zu surfen. Und auf die Abmahnungen, die nicht kommen werden, freue ich mich schon heute. Vielen Dank.